einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wir wollen heute warhammer anzocken wie ihr jetzt seht entschuldigung leute aber meine stimme ist echt gerade nicht so toll nach den zwei hangouts hintereinander oder drei und dann die ganzen angezockt hintereinander aufnehmen meine stimme leidet ein bisschen ich hoffe ihr könnt mich da wir wollen erstmal offline ein bisschen verstehen und seid da nicht ganz so sauer dass ich mich scheiße anhören prolog spiel starten optionen wir wollen jetzt erstmal sound musik ist meine erfahrung an musik immer runter drehen offline und spiel starten so ich habe gedacht wir spielen so halbe dreiviertel stunde ich guck mal im fernsehen wartet hdr nein nur 4k uhr die kein hdr dass das logo von sichtbar ist und jedes segmente des balken drunter soll sichtbar sein also die dass man sieht dass es verschiedene sachen sind also bei 5 4 ist gerade noch so sichtbar ja aber nicht immer mal lautsprecher dynamik hoch niedrig hoch mittel irgendwie habe ich kein ton ich hatte verjessen ich hatte die kopfhörer auf lautlos das ist wieder wie das alte wo das wieder wie das alte warhammer für playstation 1 und ich weiß nicht gab es auf der playstation 2 auch weiß ich gar nicht so aus dem kopf jetzt wurde mit also nicht einfach mit dem typen rum rennt und alles ab ballast so wie das andere warhammer diese 240.000 und so davor ich will das jetzt überspringen ich bin jetzt heiß drauf was ist denn das käfig oder hat ja 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 Oh, my, Horses! What? You have failed us again? Teal Erad, you swore the game was big. My most humble and devout polibist is Moot Saladin. Ah, above the Diminious steaming lions. Hold it, setback. We made it. Fix it. Yes, they're foolish. Best of luck. Ah, more snippet. I am an endless whore, but you're up last way to the ravenous place you are. Now, hold me for what you want. Let me come up. Now! Oh. You don't need that one anymore, mate. Don't mind if I'm into it. Oh, I've been waiting for this. I'm almost impressed, Cooper. Ah, man. And free already. I was just about to help you with that cage. What? Alicia? Yes, it's me. I'm here to help you escape. I'm here to help you escape. And because Skippergate shaking up this place, the time is now. Yeah, alright, but... You were on your way to being sacrificed. So, you can thank me later. Now go, find the others. I have work to do. Now, Alicia. Hello? There. Well, down's the only way. Cooper in cage, daily beatings, and the boat well for you! Okay, let's get out of here. You've got a problem. Let's go. You're gonna pay for my cage, queen, and you dropped the badment! You're gonna pay for my cage queen. Ah! Oh! 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 Wow! And you can't. It's the same. Das war's für heute. 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 Was geht der denn jetzt nicht hoch? Oh. 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 Ja, das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Voll mit Munition. Vielen Dank. Ach hier. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Oh, das ist klar. Oh, das ist ja. 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 Oh, jetzt lang. Hier lang. Hier kommen wir, oder? Waren wir hier nicht? Ach, hier geht es auch lang. Nein, hier geht es nicht lang. Ach, alles klar. Da lang. Oh, mein Team wird immer größer. Was für eine coole Sache. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Oh, 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 das war's für heute. Also ich kann einen davon auswählen, dann kann man es auch online zu viert spielen. Also ich muss nicht der sein, ich könnte auch der Zwerg mit dem Schild sein. Okay, das ist schon mal gut. Wir sind schon bei 26. Ein bisschen machen wir nur kurz, aber dann müsste ich dann langsam auch abbrechen, weil sonst wird das Video einfach zu groß zum Hochladen. Weil ich es ja in 4K aufnehme. Das werden dann bestimmt auch wieder so 50 Gigabyte. 60 Gigabyte, da brauche ich ewig für zum Hochladen. Achso, die Truppe ist fest. Ich habe gedacht, ich kann die Truppe bearbeiten. Kann ich die nicht? Achso, ich habe ja noch gar keinen freigeschalten. Sind ja nur die... Auf Stufe 7 kriege ich erstwertigen Gesten. Der rumpelt irgendwie. Und ich habe planen für die Inhalte. Wenn mein Schild ist, dann ist das besser, als wir glaubten. Erstmal als du glaubst, vielleicht. Ich muss das kaputt machen. Ich muss das kaputt machen. Ich werde mich gefühle Hope unterziehen. Okay. Was ist das hier? Das ist das, was wir stehen und sie sind. Das ist doch nichts zu untersuchen. Jetzt bin ich gerade überfragt, ist doch endlich hier rüber. Ich habe garantiert wieder irgendwo einen Denkfehler, wir gehen hier weiter, gucken mal ob es da hinten vielleicht auch einen Weg gibt, ich habe ein bisschen zu viel gezockt heute. Das geht dann ein bisschen auf die Konsistenz. Da sollen wir hin achten. Ja, wir sind zu mühlen, da ist es. Das geht dann. Das geht dann. Das geht dann. Oh. Das geht dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, 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 oh. Scheiße, ich war nicht rechtzeitig an der Tür. Die sind alle nämlich rein, Young. Shit, 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 shit. Oh, 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 oh. Was ist das? Was ist das wirklich notwendig? Ich glaube so. Ja, ich hab die Package. Ich fühle mich die Lichtmutter. und soll er sein dieser komische garten Ops, sind wir doch hier, oder? Sind wir nicht Na gangue Von hier sind wir gekommen. Mal gucken, ob es hier noch irgendwo lang geht. Wir sollen zum Obstgarten. Wir sollen zum Obstgarten. Hier ist die Mühle. Jetzt kommen schon wieder welche. Aber wo ist der Obstgarten? Hier waren wir ja vorhin. Hier ging es ja nicht weiter. Das ist ein Feld. Das ist die Mühle. Hier sind wir jetzt im Haus. Hier ist auch noch was. Da sind welche. Oh scheiße. Ich wollte es eigentlich noch schnell nehmen und schmeißen. Wir sind jetzt hier. Und wir sollen jetzt hier wahrscheinlich irgendwie rüber. Vorhin habe ich die ganze Zeit versucht durch den Scheißwagen zu kommen und habe es nicht geschafft. Na, da sind doch schon wieder welche. Ja. Oh ja. Oh, das ist eine neue Fülle. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ganz gut, die irgendwo in einen Raum locken, dann hat man keinen Auswahlmöglichkeit, aber wenn sie dann alle durch die Tür rin kommen, einfach alle da schlachten. Oh, ich hab's antoned. Oh. 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 Doch! Geht's! Geht's! The bedstockens! Loos! Villain! Ah! 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 Bloody trolls about to change! Ah! sells die story! Strike the troll! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird schon der Finger wie vom Drücken gelangen zum Hof. Ja, wo ist der? Wo müssen wir denn da lang? Wir sind da oben. Oh, die schützen mir auch die Seelosen, ne? Wir sind hier voll eis. Ah ja, okay. Ich geh jetzt mal einfach außen rum. Okay. 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 Wie lange sind wir jetzt schon dabei? Schon fast eine Stunde. Oh, das wird wieder groß und hochladen. Ich glaube, das muss ich über Nacht machen und schaffe ich tagsüber nicht. Tschüss. Also nicht mehr. Okay. Okay. Was ist das? Okay. Hier rein. Also muss noch irgendwelche sein. Oder ich hab die verpasst. Da ist der Hof. Aber wir kommen nicht weiter, weil schon wieder Viecher kommen. Ja. Ach. Oh nein. da waren wir ja müssen hier auf der seite irgendwo weiterkommen mal gucken ob wir hier hochkommen irgendwie nicht da habe ich den wald vor lauter bäumen nicht gesehen da ist eine windmühle hier könnte der hoch sein das ist Oh, gotcha! Oh, you're getting the back of this, don't you? That heavy tread, arrogance, and every step. It's a chaos warrior. Ammunition stashed. Das ist Arma, Dwarf, aber die Hände nicht mehr. Das ist die Hörger auf dem Trennungsverlust, was Plasen gesagt hat. Das war's für heute. 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 Okay. Ah, ja dann. Ah, ja dann. Ah, ja dann. Ah, ja dann. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Hm. Ah, ja dann. 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 Ah. Ah, ja dann. Ah, ja dann. Ah. Ah, ja dann. Ah, ja dann. Ah, ja dann. Ah. Ah, ja dann. Ah. Ah, ja dann. Ah. 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 Aber jetzt würde ich sagen, wir sind jetzt schon eine Stunde sieben, das reicht jetzt auch wirklich. Gerade mal kurz vor Level 3. So, jetzt sind wir wieder auf die Feste. Oh, hier ist ein Tonkopf. So, die sind alle auf Level 7 verfügbar. Da fährt halt wirklich nur was. Okay, gehen wir mal hier. Mal hier, den müssen wir mal hier noch angucken. Öffnen. Goll in die Mitte. Eine Knarre. Ach, soll ich kann alle drei erknallen oder was? Ein Boge. Und noch eine Knarre. Dann würde ich jetzt sagen, dann wartet jetzt auch. Führt anzocken. Ich wollte eigentlich nur das Tutorial machen, aber das ging so lange und man hat nicht wirklich gesehen, wie es dann weitergeht. Deswegen habe ich noch ein bisschen mehr gemacht. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wie gesagt, ich werde das ungerendert. Ohne Intro, Outro. Ich werde gar nichts dran machen. Ich werde das reine 4K-Gameplay hochladen. Das wird halt eine Weile dauern, bis das oben ist und bis das von YouTube wieder in 4K bereitgestellt wird. Wenn es euch, wie gesagt, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ein Abo kostet nichts. Könnt ihr auch gerne da lassen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Tut mir leid, wegen meiner Stimme. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen. Ich bin dann jetzt mal weg. Ahoi. Sagt euer Odin.